Musik 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 Jetzt kommt ein Lied, da hab ich mich ausgetobt. Und zwar hab ich Ihnen einfach eins meiner Lieblingslieder reingeschrieben, obwohl ich es gar nicht kenne. Das werden Sie kennenlernen und Sie werden vielleicht auch wissen, warum das einfach eine Lieblingslieder ist. Weil das so dicht ist. Das Lied, was kommt, erzählt von Verantwortung, ohne aufträglich zu sein. Und das finde ich so toll an diesem Lied, dass dieses Lied gerade Kindern eine Sicht von außen auf die Welt gibt, die wichtig ist. Es geht los.